Moje leib aller Goethe, mein Name ist Jérôme Luling. An meiner kleinen Sendung Letztenbäu ich lehre, ich spreche mal heute über einen Artikel. Und zwar einen Artikel über die Gölfe. Der Artikel ist nicht einfach. Ich gehe so unter das Mindestensniveau B1, vielleicht sogar schon B2C1. Also definitiv nicht für die B2C1. Dann gucken wir uns das mal an. Also, für dich, ich habe eine gute Information über die Gölfe aus der Wikipedia. Die Gölfe ist der geläfische Nomme vom Monument des Souvenirs, das an der Stadt Lützebüch auf der Konstitutionsplatz steht. Das gilt der erste Klaus, oder Klaus Zito. Und sie geht auf Agewalt, der 27. Mai 1923. 21 Meter Heisch. Hier ist das Foto. Das ist alles am Lützebüchischen Wikipedia nur zu lesen. Das war in allem diesen Abschnitt, den mich interessiert. 1981 für um Nationalfeuerdeck heute Josi Braun An einem Artikel am Tageblatt angekündigt, Gölfe fra, wer inner den innersten Trepliken von enger von den Tribünen vom Stadt der Fussballstherren dem heutigen Stadt Josi-Bartel herumformt gehen. Also, was war geschieht? Die Nazien, die nur im Überfall auf Lützebüch den 10. Mai 1945 her am Ester waren, war das Monument von Ufang und ein Dach am A. Also, sie haben nicht gepräscht dieses Monument. Der 5. Oktober 1924 kam den Uerda, der Chant mal aufzuhrappen wird auch den 21. Oktober gescheuert. Also, sie haben das Monument von 21. Oktober. Und, ähm, Donau war, äh, Gölfe fra, verschworen. Und dafür war das heute eine kleine Sensation 1981. Wen ist Josi Braun? Voilà, das war ein Lützebücher Schriftsteller, der von 1931 bis 2012 geliebt hat. Und das könnt ihr alles, äh, nur lesen. Also, Schriftsteller, Übersetzer, Journalist, Gewerkschaftler und Dichter. Ich bin ja noch persönlich nachkannt. Und den Artikel von ihm, die fand er an der Revue Uns Staat. Uns Staat ist eine Revue kulturelle, retrassend le développement social de la ville de Luxembourg par le biais d'artikels historiques et kulturelles. Die Union Archive, das ist der, um Titel fra, und dann Autor, das ist Braun, und dann fand er heu, Mingle fra, Josi Braun. Und den Artikel aus, äh, 1909, äh, 1909, publiziert ging. Gucken wir uns dann mal, und, das ist auch noch an der Alaschreif weiß, und sie ganz viel Vergangenheitsformen, also auch viel Emporfe. Mingle fra, wenn man das so sehen darf, nach lange, goldischen Mädchen, oder doch, jedenfalls wird Madame, die fertigbrüche, die letzten Bäuer von Anfang an, an der Zeit, weil 76 Jahre hier, an Autumn zu halten. Und wo es denn, wie all die, die recht kurz für den Krieg geboer gaufen, dat, ob der Platz, über der Petrus, wo nur den Krieg, nach schüss zwei Figuren, Trauer verbreitun, molen heischen Obelisk, mit der Gelle, Fragdropstum. Preisen hätten die am Krieg umgerabt, auf er schläft, an ager schmollt. Häusch et. Weil Preise gemengt hätten, die Statue wäre wirklich aus Gold. Mat dem wisse, sie mir kann er groß gehen. Et würde ihn sich auch nicht weiter, für das nächst half aufgerichtete Monument interessiert. Ge was? Das ist einmal rundherum der massischen Quadra-Blick getrippelt, und durch die Gelleß wird für Großstücker Französisch generell, ob er es freiwillig am echten Weltkrieg gehalten hat. Mit das ist mir spät geworden, wird mit einem Helden Lasswärg. Zu ihrer rund 3000 waren die Litzböger freiwillig diemals. Hier hat 2500 bei Werder an Gras oder an der Bulli gebast. Ein Prozent hat zweimal kein zweites Weltkrieg gefördert. Preise haben den echten Weltkrieg verlor, mit Litzböger hat ihn bestimmt nicht gewonnen. Zu dir noch einmal hören, seit 1923 allerhand Kamedien wegen dem Sittos in Siegeskötten aufgericht hat. Die Leute die Gelle Frage deft. Mit anderen und anderen Zeitungen von uns frommen und rechtsschaffenden Leuten war, dass die Frage eine zackere werden zackere sich lauter zu zackere zu lauter Und ich schimte, an einem Durchsichtschlepp, mehr Pläke schweig Ogedoen. An dat direkt riecht eur River von der Treisterin. Donc, elle était contestée. En plus, elle a été érigée juste en face de la Kathedrale. Voilà. Ah, ja. Ah, ware bei dem Kersinger Cito Do, der bei 18 Konkurrenten den echten Preis am Konkurr gemacht hat, mit unkauschen Methoden am Spiel, wie in dat framensh rausgesischt wird, dat Tim bei seiner unheiligen Abend sollt-Modell stehen. Ah, wie die Preise kommen? Als in einer Memore schreibt der Berliner Kabarettist Werner Fink, den den 20. Mai 14 beim Anmarsch dabei war, die Litzebeuer wäre schwer zu verstehen. Die hätte mit den Händen an den Taschenlerns die Straße gestanden, en rauwisch nur geguckt, wie hier das Land bezahlt hat. Aber das war, wie viele Frauen, die den 21. Oktober vom selweste Jahr mit der Dampfwals umgezogen hat, nach am Trillen, den die bläde Litzebeuer zugeroef het, lose da eerst dann aber auch alles gefallen. Ach, okai? Op den Dagenänen sind da ein Party erwäsched und kruiden auch die eischt an der Villa Pauli antschnis. Was du nun mit der Gelnäfra aus Brans wirklich geschaut? Das ist ein Imparfait von Geschehen. Was ist wirklich passiert mit dieser Frau noch? Das wussten die meisten Litzebeuer lang nicht? Was für eine oder zwei neue Generationen auch kein Thema mehr? Das Monument war 1951 ein Gritz und 1951 so halber rafistoliert an den Jungen, die nicht Ungewöhnliches dabei fand, dass die Tabtefigur gefehlt hat. Hextens t'bomien an t'bomien und t'bomien und t'kants kann er gesaut, guckt, hai stungmol t'gelefra. Also, Monument has opgericht gien. Ils ont rekonstruit le Monument, mais sans la Statue anstattrisch verstanden. Und er geht weiter. Das ist schon ein gelungenesäch. Als Siegesgöttin hat Gellefra die Sieger nie zu gesichert. Wie die Amerikaner am ersten Krieg heim waren, durch stungt Monument nach nicht. Anweser für zweit kommen, wäret Scharnes am Muschelen geschlagen. Den Ausdruck kenne ich nicht. Bon, je suppose, elle a été déjà détruite. Am Frejahr 1981 wird Madame, die jo zerstört, an aggeschmolt soll sehen, mich an nach einer Leit ob Trappbrächt. Du hättach nicht, ein Madabesta, aus engen von eisen Däreszeitungen, mir enges Obes an der Theaterstuf beim Foksefern gepispert. Hier geeft er kennen, die weist, wo die Gellefra droog wird. Was geht immer so ein Gespräch aufhängen, denn da, wie die Anerleit auch am Glawe wird, die Gellefra wird auf immer an eisig verschwunden. Das ist surprenant, parce que tout le monde pensait, que la Statue n'existait plus. Voilà. Die Information geeft aber etwas koste. Ah, money, money, so de Pospere aus der Pospere-Koste an der Theaterstuf. So frohe muss de Chefredakte beantfren, und isch mal geduscht. An den hoët der Strop gemengt, die vielleicht etwas an der Information, zoll die mal nur einen Preis frohen. Wie isch mein Informant, den, den zweiten Informant, sollt kennen, der 17. Juni nesgesauch, sind ein paar vier von Wertgesinn, du gong von dem zweiten Informant kengrierts mei, och net mei fuzue. Ah tiin, on a même plus parler d'argent. Par contre, grudig engfraube entfart, die isch ma von Ufang u gestalt hat. Für wat, für wat schraifte in der Bonnet, as inga eichner Zeitung wette weiss. Pourquoi? Säte ein bissel ne kripte hat. Wie même ein Artikel. Hierne hättet von Uervöro verbode kript. Also, interdiction. So tiin, mii kurz agut, tgelle fra, leich innat inga Tribün vom Stadion. Für de rest, geif isch jo sicher ensgin. Isch hundem kollege apart bezweilt, an tuet enem aufgesinn, dat het dem net liest gefall war, so ein geschicht, liestschatz verschenken zu missen. Donc, l'autre journalist, il a pas emé faire cadeau de cette histoire, mais bon, on lui avait interdit de parler lui-même de cette histoire. Dein enere mouillen, as de mann mat de schlössle vom Stadion blechkin. Vi esch mat engem Fotograaf obgekreitzt sin, an hierno d'agile frage frotum. Dei wir tabu sortien, et wir verboden, verset se knipsen. De knipsat an esch, de knipsat, dat as de Fotograaf, an esch, mi hun aes beguckt, oder mi hun aes beguckt, da stimmet het alzo, da leidt se wirklisch do. Va auch so, weil noch vielen biedelen afleven an in unter der conditioon kein Fotograaf se machen, also, va auch so, weil noch vielen biedelen afleven an in unter conditioon kein Fotograaf se machen, hoit de man aes op plaats gefordert. Mi hun aes missen alle bekken, mi hun den unneste treppelige von enger von den tribünen an hannet engem koop koele louch das is de nempaf je von wer bleuen louchtskulptur an drei stikker und hoi moch so, scheen obene getestet, knashtisch an der rüm zerkennen, besonnen den deel mam kap, erm an lohrbeerkranz. Bei das semen de la résistance waren stecker von der gölle fra er war 1955 an der mir hay und knödel ausgestattet. Also ein ganz komische geschicht weil die anglo gemeint sie wäre verschwonnen mit hay 1955 waren aber die drei stecker zu gesehnen. Wie geht das weiter? Figuren von der Allegorie waren zu hollerisch am salz haf von kin waren ein paar wochen du noch rum op hier a platz a dat a ok dat sind die an figuren die waren op ira platz me do van gole fra net son la fam und japs verpasst im moment wie geht das weiter ein scherde 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 gescrollt ja da tun wir alles gelöst da tun wir alles gelöst und da geht es lo heuerne weiter es muss sohen dat de stater buchermechter sich den anderen dag gut aus der affer gezogen hoet hier war poff wie ich im soot a sanger stadt geif ihn eis verbinden eng foto zu machen hier war nach me perplex wie ich soot dat ich gole frage sin hat aber ich ugedeut tun egal wat hier mir loge ibs soen fakte vom stadion stehngen mua an eiser zeitung du hoert de buchermechter bewiesen wei ee rische poliz strategisch mat fakten umgeet hier weis dat alles selva reis zende apur joa mir eis sold mich mool ehn a blick gedille jen hier nuet bei mir zau a mischt ugeruf jimagine kalk ila telefonia kaka an aus dem gespräch dat hin hart gedreht hoert und is verlauscht dat hin a pensione hat nach schivist von der gemeng und ströp hat wat den da zau von der gelle fra weist an du krat de burgemeester an is eb schuss dat zere wat alt litz baie immer zere krat dat preisend monument am oktober 4 mat dat dampfalz umgezogen het an dat gelle fra von dem dag u verschwonnen wier dies bau de burgemeester hoort ma in a zau geputzt also die manerin bei him am büro seht ein zeitungsmensch die behaupte geeft golle frage sind zoon die aner seht blouwet en a blick roo ish me du kom des a z dem mal an kapt sabri ish moog moog äh das din abafé ging so ja vom verb machen dir werd dat greslisht afro dir werd dat greslisht framens doch nicht nis willen oprieste den archivist war voll am bild dat gauf sehr klar wel du het hier verzielt wo die steckern hinkommen waren an wien ze versuchten hat genee die firma dat monument 1923 opgericht hat dat de poe steckern an de faufziger jahren an enger ausstellung gewisse gaufen dat wa de leiden ausdenken schien an dat ze du nu op de stadion kommen kurzer goet de burgemeester hoet geschmunst an gemengt isch het jo my scoop mi he geevlod statu rausholen a wesche losen an dat kunst ganz pres zoveel foto magen wie ze lost het met die überschrift gulle fra vierzig jaren verstekt gehalten waarom koem mijn ganz zeits artikel an dat zeihtum den dag het niet kunnen besser verhalen wel het waren de vier ogen van nationaal feierdag zo moe is had de leid ugeroef a gefrood op dat ganst een aprils wits weer een blague de 1er avril een poison d'avril me ging feier ovent op me ging feier ovent op de receptioen an der villa woban waar het amusant leiden ze beginnen von denen is an der tischen zeid woust dat ze wat gille fra om stadion cent jaren bescheid wousten me dolo stijf afest behaapt en ze vieren haut beim lese van mijn artikel uit alle wolke gefall donk ja er pas mal kie savé me is on dik oh on a dik ouver sa don ton artikel on e tombe de nuage un peu hypocrite tot zet histoire kan men freydes de 26 juni stong de proper gewasche stato für om stadion op davis to hadde geseen dat hier feis kapott waren le pied te abimé me zoz war ze 1940 nem do aus an e gebracht wo ze mat schrauven zu zume gehalen war an andere vierde het war hier net ganz veel geschiet so so était brisé en trois morceaux mais apart ça son état était pas impeccable mais assez satisfaisant on va dire polemique vier ou d'agent en zweit oprieste gov van et keng mei tuet sich seja erraus gescheelt dat golle fraz in dem tweete welt krisht enge symboolfigur von der nationale identiteit an onafhängigkeit gewaar gov aber och klou af wat gewisse leid num kris versicht und de existenz von de gille fraz verheemlis chem et ware leid mat en argumente von 1923 gille fraz wier ke graus kunst wier an vier or lo nach de placer et vire et nes bei kathedral z stellen et ava besonnes gefahr kinn polemiken iwad verewischung von den zwangsrekrutierten an den aus den internationale brigaden am spönje kris geifernis obleven nach anra hoge mengt et solen dat halve zersteert monument zoulose vei et vier als erinnerung und die barbarische zersteierung des nazi donk mena ki pensé fola laissé en trois morceaux pour rappeler l'act barbare des nazis la destruxion barbare des nazis et land selva dat monument jo bezoelt hat wa nom kris jde falz net in seng menung gefrout kinn me lo wa nit me lans seng menung zu kommen an die wa sozo so en e stimmisch 1983 kauf eng statlisch kommission ageset die se strom bekümmer tuit dat gelle fra nis opgericht geef an kauf nis eng öffentlisch subskription opgemacht subskription dat meischt von den nidischen 12 miljoenen kom zu summen also 12 miljoenen dat zinn wieviel zinn na 30 000 euro zinn 300 000 euro 300 000 euro 300 000 kom zu summen de rest ho staat staat l'etat a staat gemeng annore puur banke beigelöscht kontribuue an den 23. juni 1985 als op dem nationalfeier der selva gauft gelle fra eng zweite keihar angewijd inaugurieren die sind vor runder het monument sind neue plakken an de bodem geloos op denen torieste lesen kunnen werd het mat dem monument op zich hart an hoort steet het golle fraas an is veertzing johar zo door wie ze viero in nonzin en veertzig door stoon frisch non egen maag an oves belies keihar 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 op die die dat die madame die do heish an da lucht bei alve alve da hier lobe kranz held so eng verwurrelt geschicht han run sich het jossi brown verwurrelt geschicht een histoire tordu bizar difficile voilà schul honet alles iverzade das geen einfache tekst ava steinke ganz interessant wie dat demuls alles verlief als an privatgele fra alo rem nes opera plaats steet daginn ish hanes an mein handmenu en ish so en ish dan ab waa i momentchen schmang logo aus heis i nach min kontakt adressen exercius punkte logramme punkte alo jeshn op facebook op youtube am min bicha en ja merci fitna lausteren merci für ehr ob mir exam keit bis hoffendlech geschwön au vo ah